Wir werden uns heute anschauen, was YAML-Dateien sind und wie wir diese Dateien in Python benutzen können. Und dafür müssen wir uns natürlich als allererstes mal eine YAML-Datei erstellen. YAML-Dateien werden oft als Config-Dateien benutzt, zum Beispiel bei GitHub. Deswegen nenne ich meine YAML-Datei einfach mal config.yaml. Theoretisch könnten wir das A bei der Endung auch weglassen, aber der offizielle Name ist YAML. Deswegen schreibe ich das hier bei der Endung auch mal mit dazu. YAML-Dateien sind etwas ähnliches wie eine JSON-Datei, mit dem Unterschied, dass es bei YAML ein paar mehr Features gibt. Zum Beispiel können wir hier auch Kommentare reinschreiben. Das geht bei JSON nicht und wir brauchen auch keine geschweiften Klammern, die wir bei JSON brauchen würden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Config-Datei für mein Bot Cookiebot machen möchte, dann kann ich hier erstmal einen Namen festlegen und der ist Cookiebot. Und hier fällt euch vielleicht schon auf, dass wir hier keine Anführungszeichen brauchen, denn bei den meisten Werten in YAML können wir diese Anführungszeichen weglassen und YAML erkennt dann automatisch, was für einen Datentyp wir eingegeben haben. Natürlich können wir hier als Wert auch eine Zahl oder eine Liste nehmen. Ich kann hier zum Beispiel eine Liste mit allen Kekssorten im Cookiebot anlegen und standardmäßig macht man bei jedem Element so einen Strich hin und schreibt dann den Wert hin. Und das wäre dann unsere Liste mit Cookiesorten. Listen können wir aber auch noch anders definieren, nämlich wie es von Python gewohnt sein mit den eckigen Klammern. Das würde dann so aussehen. Da könnt ihr je nach der Länge von eurer Liste oder je nach eurer Präferenz entscheiden, was ihr besser findet. Wenn wir das Ganze jetzt in Python laden wollen, dann müssen wir uns erstmal was installieren. Und zwar schreiben wir dafür pip install pyyaml. Denn im Gegensatz zu JSON ist YAML nicht in der Python Standard Bibliothek. Deswegen brauchen wir dafür ein externes Package. Sobald ihr das erfolgreich installiert habt, könnt ihr hier oben import yaml schreiben. Also nicht pyyaml, sondern hier brauchen wir wirklich nur import yaml. Und das Ganze funktioniert jetzt ähnlich wie bei allen anderen Dateien. Denn wir schreiben with open und dann den Namen von unserer Datei, also config.yaml. Und dann suchen wir uns noch einen Variablen Namen aus. In dem Fall nehme ich mal file. Und dann können wir hier entweder yaml.load schreiben. Aber ich würde euch empfehlen, yaml.saveload zu schreiben. Denn wenn ihr zum Beispiel eine fremde YAML-Datei benutzt, dann könnt ihr die theoretisch Code bei euch ausführen. Und das wollt ihr nicht. Deswegen schreiben wir in der Regel safeload. Und hier in die runden Klammern kommt dann der Variablen Name von unserer Datei. Und wir printen uns direkt auch mal, von welchem Datentyp diese Data ist. Und wir sehen, das ist ein Dictionary. Falls ihr mehr über Dictionaries wissen wollt, dann könnt ihr euch gerne mein eigenes Video dazu angucken. Aber egal, ob ihr JSON oder YAML-Dateien laden wollt, beide werden in Python erstmal zu einem Dictionary umgewandelt. Und wir sehen hier, wir haben den Namen Cookiebot und die Liste mit unseren Keksarten. Was wir sonst noch alles mit YAML-Dateien machen können, das schauen wir uns gleich an. Aber wir können hier in diesem Data Dictionary natürlich auch Änderungen vornehmen. Und die dann wieder in die YAML-Datei zurückschreiben. Dafür öffnen wir unsere YAML-Datei wieder. Aber diesmal müssen wir sie im Write-Mode öffnen. Denn wir wollen ja Sachen in die Datei reinschreiben. Und statt YAML.safeload benutzen wir jetzt YAML.dump. Und in die runden Klammern kommt jetzt einmal das Dictionary, das wir in die Datei schreiben wollen. Und dann natürlich noch die Datei, in die wir das Ganze reinschreiben wollen. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu unserer Cookie-Liste was hinzufügen wollen, dann können wir einfach Punkte Pen schreiben, also wie bei einer ganz normalen Liste, und dann eine beliebige Keksorte hinzufügen. Und wenn wir das Ganze dann ausführen und in unsere YAML-Datei gucken, dann sehen wir, dass wir jetzt Bacon-Kekse in unserer Datei haben. Diese Änderungen mache ich aber mal wieder rückgängig, weil ihr seht auch zum Beispiel der Kommentar wurde hier entfernt. Und oft werden YAML-Dateien auch nur zum Lesen benutzt. Wie gesagt, für irgendwelche Config-Dateien zum Beispiel. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was wir in YAML-Dateien noch so alles für coole Sachen machen können. Hier können wir uns jetzt zum Beispiel eine neue Item-Liste anlegen. Und hier müssen wir jetzt auch auf die Eindrückung achten. Bei der Liste oben war die Eindrückung nicht ganz so wichtig. Aber wenn wir jetzt ein neues Item hinzufügen möchten, dann müssen wir das wirklich einrücken, damit YAML auch weiß, dass das zu diesem Item-Objekt gehört. Die Eindrückungsregeln sind im Grunde genauso wie bei Python. Das heißt, wir müssen alle Items, die wir hinzufügen, auf dieselbe Ebene einrücken. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr die Sachen immer zwei Leertasten einrückt. Aber theoretisch würden auch vier Leertasten gehen. Hauptsache, die Eindrückung ist bei allen Items gleich groß. Hier können wir uns zum Beispiel einen Glückskeks anlegen und der hat einen bestimmten Preis, zum Beispiel 5, und hat eine Glückschance von zum Beispiel 50%. Und wenn wir das ausführen, dann sehen wir, dass wir hier in unserem Dictionary jetzt noch ein Dictionary haben, und zwar mit den Items, wo dann die ganzen Infos über unsere Shop-Items drin stehen. Und beachtet hier auch wieder, dass Preis und Chance zwei Leertasten eingerückt werden müssen, weil die ja zu dem Glückskeks-Objekt gehören. Jetzt sehen wir aber auch, dass unser Ü hier richtig hässlich aussieht. Aber das können wir ganz einfach fixen, indem wir hier in unsere Python-Datei gehen und dann hier bei with open ein bestimmtes Encoding festlegen. Und in meinem Fall nehme ich erstmal utf8 und wir sehen, dass das Ü damit richtig dargestellt wird. Und wie gesagt, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie ihr in Python mit diesem Dictionary umgehen könnt, dann schaut euch gerne mein Video zu Dictionaries an. Und natürlich können wir das auch hier wieder beliebig verschachteln, indem wir zum Beispiel in unserem Dictionary noch eine Liste einfügen mit Zutaten. Und für die Glückskekse brauchen wir in dem Fall Mehl und Glück. Und dann sehen wir, dass wir hier in unserem Dictionary noch eine Liste haben mit allen Zutaten, die wir dafür brauchen. Das mache ich aber erstmal wieder weg. Und wir schauen uns jetzt noch an, wie wir mit längeren Strings umgehen können. Wir wollen hier zum Beispiel eine Beschreibung festlegen mit der Glückskekse bringt coole Sprüche und Glück. Und das würde auch ganz normal funktionieren. Aber jetzt kann das auch sein, dass wir diesen String auf mehrere Zeilen aufteilen wollen. Und wir können das jetzt einfach hier so versuchen. Beachtet, dass ihr das hier ein bisschen einrücken müsst. Aber wenn wir das wieder ausführen, dann bekommen wir hier wieder genau dasselbe. Und unsere neuen Zeilen wurden überhaupt nicht beachtet von YAML. Und das ist natürlich sehr gemein. Aber um YAML zu zwingen, dass unsere Zeilenumbrüche beachtet werden, können wir hier einfach einen senkrechten Strich einfügen. Das Ganze muss dann in die nächste Zeile. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann sehen wir, dass die neuen Zeilen hier berücksichtigt wurden. Und wenn wir das jetzt irgendwo ausprinten würden, dann würden hier an diesen Stellen neue Zeilen eingefügt werden. Jetzt gibt es noch ein anderes Sonderzeichen. Und zwar ist das dieses hier. Und das macht sowas ähnliches. Aber das ersetzt jetzt jeden Zeilenumbruch einfach durch ein Leerzeichen. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, dass da, wo jetzt unsere Zeilenumbrüche sind, einfach Leerzeichen hinzugekommen sind. Und wir sehen, wir haben hier hinten noch ein Leerzeichen. Und danach haben wir einen Zeilenumbruch. Und deswegen sind hier jetzt zwei Leerzeichen. Wenn ich diese Leerzeichen hier hinter jetzt also mal wegmache, dann sehen wir, dass wir genau diesen String bekommen. Und jeder Zeilenumbruch wurde einfach durch ein Leerzeichen ersetzt. Wenn wir aber jetzt wirklich einen Zeilenumbruch haben wollen, dann können wir einfach eine Lücke lassen. Und wenn wir das Ganze dann ausführen, dann sehen wir, dass an dieser Stelle von der Lücke jetzt ein Zeilenumbruch eingefügt wurde. Also, falls ihr das jemals in eurem Leben braucht, könnt ihr das jetzt tun. Zum Schluss schauen wir uns noch ein cooles Feature von YAML an. Und zwar ist das sowas ähnliches wie Variablen. Ich habe hier mal eine Zutatenliste erstellt. Und wir haben hier jetzt mehrere Kekse, die alle dieselben Zutaten benötigen. Ich könnte also Mehl und Zucker einfach kopieren und das Ganze wieder hier hinschreiben. Und dasselbe für den nächsten Keks auch nochmal machen. Aber es gibt zum Glück eine bessere Möglichkeit, um das zu tun. Und zwar können wir hier zwischen einen Variablenamen festlegen. Den machen wir mit dem UNS-Symbol. Und diese Variablen nenne ich mal Ingredients. Und statt hier jetzt immer dieselbe Liste hinzuschreiben, kann ich hier einfach schreiben Sternchen Ingredients. Und wir sehen, dass der Avocado-Keks und der Bacon-Keks jetzt beide diese Zutatenliste haben, die wir hier oben einmal definiert haben. Wenn wir uns jetzt aber hier nochmal dieses neue Beispiel angucken, dann können wir noch eine andere coole Sache machen. Wir haben hier jetzt mal ein Rezept. Und für dieses Rezept kann ich wieder eine Variable erstellen. Und wir könnten woanders darauf zugreifen. Dass wir darauf zugreifen können, ist zwar schön und gut. Aber es wäre auch cool, wenn wir darauf zugreifen können und dann noch Sachen verändern können. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Rezept für Kekse erstellen wollen, dann könnten wir hier wieder Stern Recipe hinschreiben. Und dann haben wir hier bei den Keksen genau dasselbe stehen wie bei Rezept. Wenn wir das Ganze jetzt aber verändern wollen, dann brauchen wir eine ganz besondere Schreibweise. Und zwar brauchen wir zweimal dieses Zeichen und dann einen Doppelpunkt. Und hier hinter schreiben wir dann wieder ganz normal unsere Variable. Und wenn wir das ausfüllen, sehen wir, dass wir erstmal immer noch genau dasselbe haben wie vorher. Aber jetzt können wir das Ganze auch verändern. Ich kann zu diesem Rezept jetzt hier zum Beispiel noch was hinzufügen. Zum Beispiel 5 Bacon. Und wenn wir das ausfüllen, sehen wir, dass wir hier genau dieselben Zutaten haben. Aber mit dieser einen anderen Zutat, die ich hier noch zusätzlich hinzugefügt habe. Und wenn wir von hier oben was ändern wollen, dann können wir das auch ganz einfach machen, indem wir einfach denselben Key hinschreiben, nur dass wir die Anzahl verändern. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann haben wir hier unser Standardrezept. Und für unser Keksrezept brauchen wir jetzt ein Mehl mehr. Der Zucker bleibt unverändert. Und hier haben wir noch unsere neue Zutat, den Bacon. Und das reicht auch erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann kommt gerne auf unserem Discord-Server vorbei. Da helfen wir euch. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.